Hallo und schön dass ihr hier seid bei Minecraft mit der Mistkiefer und Erkräfte 27 genau wie er die ich hab da unsere Maschinerie ein bisschen weiterlaufen lassen das finde ich nicht gut da war ich meine ich hab mir was getan, im Gegensatz zu dir ach, geht das zu mir du mich immer als sei ich faul doch und zwar habe ich hier die neue Miene angelegt falls du es noch nicht gesehen hast ich nachdem aber das ich später mal runter dann gehen und zwar haben wir ein Essenproblem ich hab nichts mehr zu essen außer verrottete Fleisch schlacht mal die Tiere wir bräuchten eigentlich meine Essensfahnen genau deswegen haben wir gedacht habe ich auf dem Zettel aufgeschrieben was werden mit dem Fischer der kostet ja noch mal nix oder? mal nichts aber wir haben nur den von wir haben einen Fischer von Yatta und von Alkoholik wo hast du einen Fischer von Yatta? ich weiß nicht, ob Yatta toll ist ich weiß nicht, ob Yatta toll ist aber nur ist halt ein anderer Autofischer oder eine andere Maschine oder? ja so da haben wir Yatta da brauchen wir einen Schiedpresser ich glaube Yatta ist die einfache Methode ja denk ich mal, was brauchst du den mal? Steuerdiensten mein Lord ja, wenn du nur Fischer eingibst, dann kriegt man noch einen da gibt's noch einen von der Alkultur Revolution ja, aber der ist viel komplizierter zur Kraft ja Eisener Koffer wenn die Maschinen ja nicht haben braucht man nicht einfach viel in einer Kraft und der fertig ich bau den anderen, du brauchst den egal braucht man eh eh wahrscheinlich mehr mit einkommen komm mal eh nicht aus ja, wo ist denn jetzt Eisen? da, hier in der Kiste drin ach so, stimmt kennt sich keiner mehr aus so, ich brauch eher zu wenig Eisen das, das haben wir irgendwo's dringen? klar ähm, neun, oder? nicht, dass ich wüsste eigentlich haben wir alles eigentlich rein rein wenn man nicht bedenkt, dass ich eigentlich nicht ich bin, sondern ähm mal ein mal ein so und es fehlt ein Eis die Frage ist, braucht ein Fischernetzer sowas? wahrscheinlich, ja die Agrikulturevolution Fischernetz ne, ne, das Fischernetzer ist, wir Autofischer gut, dann müsste der eigentlich funktionieren haben wir was? Ja, ja, das ist ja wir bauen wir was, aber haben wir was? besser nicht die frage man das kann sein fiese die großes Schwimmbäck braucht der Fischer hey was ist denn hier los nein also erstmal nein Peter wirklich das kommt der Fall hier ganze wird Prozent der Brücke baut mal 3 er ist er nicht muss der auf dem Wasser im Wasser links rein und schon ist auf jeden Fall ein gefährliches Tier aber wir stellen mal gucken was er macht was machst du den Baden oder was die Frage ist Deine macht gar nichts oder vielleicht oh dummes Vieh schießen da jetzt auf uns wenn man schießt mit Pfeiler da unten ist ein Skeletcher Wasser da unten ach f f friedlich du braum und das hier er hat leider kein kein das ist halt Clay fällt nicht er hat kein zuerst alles schlau weg da nur du hast einen Fischtank aber bei dir passiert genauso nichts das ist immer nicht auf die Fische Eier oder irgendwie der Fische Eck keine Ahnung Fischnetz Fischnetz da werden müssen ins Wasser er kann da auch sein Skeletter und die Koffensack Städte der Angst ich hatte gute Frage wie geht das die Aukurte wir haben ja solche komischen Bücher steht da nichts drin ist das von der Aukur Dornäger ich weiß nicht ob wir von dem Modbücher ich weiß nicht ob wir von dem Modbücher ich dachte es halt immer ein bisschen schwieriger sind die doch ein Zichtbaren oder was haben wir actually Editions aber mehr haben wir eigentlich auch nicht der macht nichts und deiner tut der was ne auch nicht aber da gibt es irgendwie so ein Fischernet oder sowas Fischernet oder sowas Fischernet Fischernet aber Strings haben wir keine mehr oder nicht mehr viel oder Club Show ich bräuchte 4 Strings 5 5 weiß nicht müssen wir halt nachschauen was habe ich hier bekommen ich misst Produce Expo wenn Etudes keine Ahnung 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 das kann natürlich irgendwas damit zu tun haben weil es ist ein Fischernet Autofisch Auto Fischernet für Fischernet oder und Fischernet wird eher ah ich glaube der Autofischer wird zum Füßen sein und der Fischernet wird zum Tüchten sein kann natürlich sein kann natürlich sein und deiner wenn nur den Fischer Schiebflux Adapter avoid elevator top popen plus k-converter nur den Autofischer das hat teurer da da brauchen wir diese komische Steel Press und da brauchen wir Silikon Leaf Gott Gott also es gibt ein Diagnostic Tool vielleicht kriegen wir damit dann ein paar Informationen raus wie könnte man sonst noch ein Essen kommen außer mit Farmen äh Kühe umbringen außer Kühe umbringen und Schweine umbringen und sonstige Vieh umbringen also willst niemanden töten ja wie gesagt einfach so Art wie Fischer zum Beispiel da ist es halt nicht du kannst Bäume fern kommen einfach raus kann Äpfel züchten äpfel züchten voll awesome ja du hast ja das Modbeck noch nicht umgeschrieben du hast ja nicht gesagt wir können ja mal ein bisschen erkunden gehen aber da war ja wenn du da ein bisschen die ja ja zu ja ich hab halt keine Lust ich weiß versteh ich ne eigentlich nicht ja ich weiß andere Dinge zu tun ja ja das haben sie alle ja du weißt doch genau du weißt doch genau mein Block fehl'n rf ganz simpel ja dann gib ihn rf ja äh bestell'n generator daneben fertig bestell'n generator daneben hey Converter Moverbone mehr Heat Converter oder noch einfach'n sterling generator oder sowas naa schuf'n'n mut'n pfff okay ja dann könntest auch eigentlich auch mal hier noch ne Türe machen wir müssen soweit laufen ooooh 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 was dir gestern fleißig meinen und ich hab' einfach nicht geholfen genau so bisschen Kupfer und bisschen Zinn kommen wir auch noch mit rein dann hat der was zu tun hier ja hat der wirklich was zu tun bereisen gibt's ne zwanzigprozentige Chance dass Gold auskommt bis jetzt positiv gestimmt ja ähm ich glaub' jetzt hab' ich wieder's falsch gemacht es wär halt schön langsam mit der Zeit das man Eis zu kriegen gell meinst du ja ich hab' Hunger Junge hier war auch Hunger du kannst mich jetzt töten super dialog und real talk ich hab' auch Hunger du kannst mich jetzt töten traumhaft es ist genau das was wir wollen es ging's halt immer töten ja ich mein ich hab' eh schon die meisten Tore ja wer weiß vielleicht hol' ich die normalen wir wissen nicht wir haben ja nur so ne offizielle Statistik weil ich kein Skoport gemacht hab weil wir im Motorfern das fand ich sehr cool haben wir eigentlich irgendwo Holz kostet nur und äh die ist ein Buch da steht da drin ich hab' ein Buch ich hab' ein Buch ich hab' ein Buch genau genau Serverlieder Liederworts äh Anbau auf Deaths hier mein Gestorven 7,4 Blade Time Hauptsache ich hab' schon neun Stunden 4 Stunden meine gewesen Time Blade 5 Stunden wir haben nicht in 5 Stunden zusammengekriegt ja wir dann nehmen wir doch nicht mal auf möchte ich gar nicht sagen wenn ich mal schon relativ gut hab' die Converter ist now in Heat Mode ist now in Absorb Mode du weißt was du machst ne glaub' ich auch die Maschine macht nicht das was ich soll oder du hast einfach keine Ahnung Dieter? ne die ist irgendwie die so wir haben Reis Seed wir können Reis ansitzen oder? was kann man sonst noch für Maschinen mit Hams? ja nimm einfach ein Sterling Generator oder sowas von weiß nicht ich bin hier ganz allein gelassen in einem Mod Pack wo ich mich nicht wohlfühle du musst ja nicht immer halt das von dem Mod nehmen wenn es kompliziert ist ja aber das war doch der Sinn und Zweck ja schon aber wenn man es nicht versteht dann bringt es auch nicht gibt das der Taste funktioniert nicht also umschwenken für den Generator gibt es gar nicht so war leid so war list generator so weiß ich doch nicht was haben wir darin für den Gerater aber was haben wir darin wir haben halt gar nichts wir haben halt eigentlich nichts wer heißt der Generator den wir darin haben komm mal dran voll du sollst eine Salatzelle bauen mir noch egal mach einfach wir schwemm jetzt gleich dein Haus das ich mich nicht interessieren würde weil wir haben Licht ist es nicht anfällig gegen Wasser keine Ahnung glaubt uns testen was der Mann es juckt sich sie ist ja einfach ein solider Block ist gut das Licht ist gut das Licht time to farm ja gib mal ne Farm gibts äh bau mal einen Coingenerator ist wahrscheinlich der beste Weg ist wahrscheinlich der beste Weg so war ich so ganz ganz fleißig dann da was da draußen und bringt es eine Hacke und dass sie zu voll schön ist vier Blöcke geht gell das war's oder ja also ich weiß es nicht 9 7 9 keine Ah achso in der Breite ja 4 ja das ist 9 x 9 grob gesagt ich weiß nicht wie war denn länger ob es da noch ein paar dachten 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4